Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht, möchte ich doch jemandem nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Marco. Ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag gehabt. So, jetzt geht es mit dem eigentlichen Video weiter. Gestern habe ich Fanpost erhalten, und zwar dieses schöne Ding hier. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Also hier seht ihr meine Adresse, da könnt ihr mir gerne Fanpost hinschicken. Auch Fanpakete. So, ich werde jetzt das Ding öffnen. Die Frage ist wie. So, es fühlt sich nach irgendwas Baumwollemäßiges an. So, es ist etwas lilafarbenes. Die Spannung steigt. Ich packe es jetzt aus. So, es ist ausgetackt. Und es ist... Ein Bierbrauertanktop von Marke Natururin. Das werde ich gleich sofort anziehen. So. Ich habe es angezogen. Jetzt schiebe ich den Pult zur Seite, damit ihr das Outfit komplett sehen könnt. Das ist meine Fanpost. Vielen Dank an Rosa Moranti für dieses tolle Geschenk. Jetzt habe ich endlich Natururin-Merch. So, das war es jetzt an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch.